Jagen ist mehr als nur ein Hobby. Ich liebe die Morgenstunden. Der erste, draußen zu sein, wenn alle noch schlafen. Es geht um Anpassung und Erfahrung. Der Wald hört nie auf, mir etwas beizubringen. Er passt auf mich auf und ich auf ihn. Eurohand ist mehr als eine Dienstleistung. Wir suchen immer nach den besten Produkten. Wir haben keine Angst vor morgen. Ganz im Gegenteil. Wir gestalten es. Unsere eigenen Produkte entstehen aus jahrelanger Erfahrung. Es ist uns wichtig, unsere Produkte vor Ort im eigenen Revier zu testen. Eurohand ist mehr, mehr als nur unsere Arbeit. Eurohand ist Passion, weil jeder hier sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Eurohand bedeutet Service, weil wir verstehen, was wir machen. Eurohand bedeutet Zukunft, weil wir uns kümmern. Eurohandys. Drei mal. Eurohandys. 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 Vielen Dank.